Unsere Gesellschaft hat es geschafft, die Psyche und den Geisteszustand der Menschen messbar zu machen. Auf der Grundlage des sogenannten Psycho-Passes werden die Menschen bestraft, bevor sie ein Verbrechen begehen. Inspektor Arata Shindo, ich melde mich ab heute zum Dienst. Ich bin Inspektor K. Michael Ignatov. Der Täter hat von hier aus lachend dabei zugesehen, wie Rick gestorben ist. Ich werde ihn finden. Um jeden Preis. Mit Hilfe von Empathie kann er psychische Grenzlinien transzendieren. Er kann sich völlig in andere hineinversetzen. Den Profit von Bifrost zu beschützen, das ist unsere Mission. Wir sind vom AÖS. Gehen Sie uns aus dem Weg. Ach ja? Was, wenn wir uns weigern? Dann zwingen wir euch dazu. Lasst uns ein aufregendes Spiel um die wahre Freiheit und Autorität in unserer Gesellschaft spielen. Mit dem größten Vergnügen. Das ist ourICA. Dezpoolprojekt. Man hat sich völlig in der Zwarte ein. Normalerweise die hökop큰 ist nie報en. Vielen Dank.